Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jeanhilfti und ich komme heute zu euch, trete heute vor euch, vor dem PC, vor das Mikro, um euch zu berichten von einer neuen Internetseite. Keiner neuen Internetseite, aber für diesen Kanal, auf diesem Kanal noch nicht erwähnte Internetseite, hoffe ich zumindest. Und diese Internetseite heißt DeviantArt. DeviantArt, der Link steht wie immer in der Videobeschreibung, ist eine Seite, wo diverse Künstler, jeder Künstler, jeder der irgendwas mit Kunst zu tun hat und zeichnet, seine, ihre Bilder hochladen kann und die ganze Welt kann sie sehen und den Künstler bewundern an sich. Nicht mehr gibt es zu dieser Seite eigentlich nicht zu sagen, aber man kann sich ja mal so ein paar Bilder angucken, um euch zu überzeugen, dass diese Seite wirklich gut ist. Wir sehen hier auf der Startseite direkt die in den letzten 8 Stunden popularsten, also besten Bilder. Wir können uns auch die neuesten Bilder der letzten, ja gut, da brauchen wir die Stunden nicht mal ansagen, aber die neuesten Bilder angucken. Da sieht man auch einige Bilder, manchmal gut, manchmal weniger gut, aber wenn man sich die popularen Bilder anguckt, dann kann man so ziemlich sicher sein, oh jetzt sind wir gerade, oh ja, wir machen mal 24 Stunden. Wenn man sich die besten Bilder anguckt, dann kann man auch sicher sein, dass da gute Bilder dabei sind. Und wenn man sich die hier so ansieht, zum Beispiel dieser Granatapfel, dann merkt man schon, dass die Seite eigentlich Stil hat, beziehungsweise dass die Benutzer, die hier auf dieser Seite etwas hochladen, es auf jeden Fall drauf haben, zumindest die meisten. In diesem Sinne, mehr möchte ich darüber nicht verlieren, über diese Seite, beziehungsweise bildet euch selbst ein Werbung. Naja, okay, mit einem Premium-Membership kann man auch die Werbung deaktivieren. Bildet euch selbst eine Meinung von dieser Seite und wenn ihr dies getan habt, vielleicht schreibt ihr mir eure Meinung in die Kommentare oder als PN oder ihr schreibt mir ein bisschen von anderen Seiten, die besser oder schlechter sind. Hauptsache, ihr gebt irgendeine Rückmeldung, da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, ich bin Manu von Scheuerhilfe, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss.